. Willkommen am Geburtsort der Sparerfolge. Mein Name ist Dr. Schumacher und das ist das ABZ-Preislabor. Logistik ist ein ewiger Kostenfaktor. In Zeiten steigender Spritpreise erwarten Sie völlig zu Recht neue, günstige Lösungen. Deshalb stellen wir ABZ auf eine natürliche Methode um, das Bio-Mailing. Die Brieftaube ist bis zu 120 kmh schnell und hat eine Reichweite von locker 1000 km. Leider kann sie auf Langstrecken höchstens 50 bis 100 Gramm tragen. Die nächste Generation heißt Aquila nipalensis postalis, gemeinhin auch Poststeppenadler genannt. Leider ist das passierliche Tierchen mit einer Spannweite von stattlichen 3 m und 83 cm noch nicht ganz handzahm. Aber das schaffen wir. Mensch Poseitz, der tut nichts. Wir verfolgen nun exklusiv live im TV zum ersten Mal eine Fütterung. England ist eingel tasten. ぞ Allaire Weil Nat UC Vielen Dank.